Anerkennung, Selbstverwirklichung, dass die Leute gehört werden, dass die die Musik teilen können. Darum geht es glaube ich, es gilt um Musik. Die haben, denn es ist scheißegal, wie wir hier unsere Warm-Ups jetzt vorbereiten, Europa interessiert den Scheiß. Also die möchten einfach nur Leute haben, mit denen sie das teilen können. Da will jemand auflegen, und der will auflegen, weil er Bock hat auf die Musik und er erzählt eine Geschichte von sich. Und da geht es nicht darum, wie viele Leute da auf der Tanzfläche stehen. Ob da jetzt 20 stehen oder 500. Wenn es 500 sind, ist es geil, aber wenn es 20 da stehen, ist es auch geil. Weil die 20 haben halt Bock und die tanzen halt auch. Tja da! Tja da! Vielen Dank.